Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Jürgen van Natum oder Niederland van 17. Es gibt ein weiteres Update zu meiner Modelleisenbahn. Meine Platte ist fast fertig. Noch ein bisschen und dann ist es. Das zeige ich euch gleich. Ich sage mal bis später. Ciao, euer Jürgen van Natum. So ihr Lieben, hier ist der nächste Teil zu der Eisenbahn. Mein Rollmaterial, wie ihr seht, ist nicht drauf. Aber das ist sie, meine kleine Anlage. Hier mit einem Forrest & Stow, die ich auch grüße. Hallo liebe Kollegen. So habe ich es Ihnen extra genannt. Mit einem Reiterstellwerk. Schöne Häuser aus der 70er. Bahnübergang. Ich muss nur noch mal meine Gleisnummer neu anlöten. Das hat sich gelöst. Und dabei kommt auch noch hier Werbetafeln. Die zeige ich euch so. Ja, und das wird dann alles neu gemacht. Ich hoffe, euch wird das, beziehungsweise hat das Video gefallen. Ihr könnt gerne einen Kommentar lassen und wer ihr die Anlage findet. Darauf ist ja die 212 mit Umbauwagen und Sibling. Dann habe ich die 217 mit einem Sibling und neu einem Lindling. Ja, und das wird dann. Ich wünsche euch was. So, und hier nochmal mein Abschlussbericht. Wie ihr gesehen habt, ist die Bahn einfach perfekt. Oder was meint ihr? Ich hoffe, euch hat es heute wieder gefallen. Ihr lasst wieder Kommentare oder Dislike, wer auch immer möchtet. Oder einen Daumen hoch. Überlasse ich euch. Und damit grüße ich den Harry, den Björn, den Jörg, den Chris, den Dortmunder Jungen, Mova und alle anderen Modellbahnkollegen sowie Freunde. Ich sehe euch. Bis dann. Wie ihr mich auch. Ciao.